hallo leute herzlich willkommen auf einer stando gaming ich habe mir mal wieder gedacht heute mal wieder eine folge prison life in der letzten zeit kam nicht so oft dieses video und ich dachte warum denn nicht und genau wir spielen heute mal wieder so wie ich mich auf jeden fall heute erst mal so tot direkt mal gewonnen hier so alles nachgeladen direkt doch eigentlich voll ich muss mal ganz schnell hinterher die sind einfach gestorben perfekt warum sind die einfach gestorben muss ich das verstehen ich muss das nicht verstehen ja das war es dann auch wieder würde ich sagen ganz entspannter basis warum er gerade herkamen der gar nicht mein freundchen perfekt das ging auch schnell sind glaube ich alle jetzt im knost die im knost sein müssen natürlich wird es auch weiter wieder eine folge hefting geben müssen das darum das ist ein polizist ähm nein das ist doch kein polizist ja ok da würde wir schon wo ist jetzt meine scheiß waffe da ist es schilden müsste ich eigentlich haben so kritisch ja ok da weiß wo ich hingehe dann gehe ich mal hier lang würde ich sagen da kann er mich kann er mich von hier unten äh wegschießen ach verdammt er hat mich gesehen verdammt ok 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 ich muss mit einem besseren ding style mit einer besseren taktik dahingehen den kriege ich auf jeden fall besiegt ich muss nur mit einer besseren taktik dahingehen am besten ist es so zu laufen also praktisch ich muss nur erst mal kurz zu hoch kommen ok da schießt gerade der ist gerade beschäftigt jetzt kommen jetzt so ok der ist glaube ich gerade tot ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe ok 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 das funktioniert nicht anders wie soll ich den abschießen können ja junge er schießte nur auf mich diese abe er schießt nur auf mich was für ein hund jetzt sind sie auch noch zwei warum können die durch die wand schieben schei Wer hat mich denn gerade abgeschossen? Ja, jetzt sind die zu zweit da oben. Was soll man denn dagegen tun? Man kann auch nichts dagegen tun, wenn die da beide oben sind und einmal nur komplett schießen. So echt. Meine Fresse. Ah, Junge, ich konnte nicht weg. Was für eine Kacke. Hier ist wieder ganz schön viel... Also da ist ein Polizist. Daten waren Polizist. Woher kommen die eigentlich alle? Tot. Tot. tot ok sie sind beide tot naja ich würde sagen das war es mit dem Video wenn ihr euch gehalten habt dann like ein Abo und kommentare wir sehen uns im nächsten Video wieder haut rein Leute ciao ciao ciao